Fünfter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hier ist die Mannschaftsausstellung von Heintracht-Frankfurt. Mit der Nummer 2, Carlos. Unsere Nummer 6, Bastian. Mit der Nummer 8, Takashi. Unsere Nummer 10, Jimmy. Und die Nummer 14, Alex. Mit der 16, Stefan. Unsere Nummer 20, Sebastian. Mit der 23, Bamba. Unsere Nummer 24, Sebastian. Mit der 27, Birli. Auf der Bank, unsere Nummer 1, Oka. Mit der 4, Manny. Und unsere Nummer 7, Ben-Gami. Mit der 13, Martin. Unsere 21, Karin. Mit der 22, Stefano. Mit der 28, Sonny. Und unser Trainer heißt, Ari. Harald Rai und Heintracht-Frankfurt wünschen uns natürlich einen erfolgreichen Abend. und unsere Nummer 1, Carin. Ich schätze, ich schätze, ich schätze.